Schauen Sie her, Don Francisco. Das ist eine genaue Nachahmung meiner Fregatte Santissima Trinidad. Ach bitte, mein Freund. Seien Sie so nett und holen Sie mir das Schiffchen zurück. Verstehe ich recht, Sie verlangen von mir, dass ich ins Wasser steige. Ja bitte, sonst fährt es doch nicht weiter. Hier. Don Francisco, Don Francisco, hierher. Hier. Don Francisco. Nehmen Sie mal das Schiffchen. Danke. Danke. Ja, Sie machen eine ganz stadtliche Figur. Sie kommen mit auf das Bild, Don Francisco. Wie wäre es mit einem kleinen Ringkampf? Lassen Sie mal Ihre Armmuskeln führen. Nicht übel. Aber jetzt betasten Sie mal den Main. Alle Hand, Majestät. Sie kommen mit einem Schiffchen. Sie kommen mit einem Schiffchen. Ich bin mit einem Schiffchen. Herr. Aaaaaaah! Bitte um Verzeihung, Ihre Majestät, aber das, das holt ich nicht. Ach, was? A la guerre, komm, a la guerre! Concierge! So, was von Franzisko hab ich dir nicht gegeben? Jetzt hab ich's dir ja übergegeben!